Ich glaube, dass ich kein Typ wäre für eine richtige Großstadt. Von dem her habe ich mich in Bremen gleich sehr willkommen gefühlt. Es ist auch für mich die Person, die ich bisher kennenlernen durfte, sehr herzliche Menschen. Man sagt immer so, die Menschen im Norden sind am Anfang ein bisschen kalt und brauchen eine Weile. Ich kann das so nicht bestätigen.